hallo leute ich habe mir natürlich einen jagdwagen besorgt am wochenende war es endlich soweit leider erst am wochenende ich hätte ihn gerne früher gehabt aber durch das arbeiten und durch video machen bin ich nicht früher dazu gekommen aber jetzt ist der jagdwagen da und ich kann meine ersten erfahrungen mit euch teilen und beginnen wir mal gleich mit dem wechsel zwischen pferd und jagdwagen das pferd weg schicken und dann im menü auf den reiter stall gehen dort seht ihr fahrzeuge im besitz fahrzeuge und fahrzeuge im besitz und bei mir steht dann nur der jagdwagen und dann könnt ihr mit a bei der xbox könnt ihr mit a den jagdwagen rufen oder bei der psd 4 mit x und keine angst der jagdwagen der kommt dann schon unten links steht ja auch dein fahrzeug wird gerade gerufen und es gibt dann so bestimmte spornpunkte das ist natürlich auf straßen wo der jagdwagen auftauchen wird und da muss man dann halt schauen wo der ist auf der karte ich habe das schon gesehen also der muss in dieser richtung sein und der steht jetzt auf der emerald range natürlich auf einer straße es geht halt nicht anders ist ein wagen und der sport natürlich auf einer straße und jetzt tun wir mal schon den ersten hirschbock da drauf hirschbock kadaver das ist das erste große teil weil ich möchte auch austesten wie viele teile da drauf gehen und möchte auch wissen was ihr erfahrungen gemacht habt ob ihr schon maximale belastung sozusagen ausgetestet habt also ich habe festgestellt fünf große teile also die auf ein pferderücken gehen würden und dann kann man keine großen teile mehr drauf legen aber noch fälle ich demonstriere das jetzt mal das ist jetzt der ochse von der range in der nähe der emerald station der musste dran glauben weil ich wusste der erst da und dann natürlich ein paar bisons habe ich besorgt zwei bisons noch drauf und das sind dann vier teile wer das schon bis ans maximum getestet hat würde mich mal interessieren ich habe jetzt noch ein fällen nachher dazu getan und das war es dann gewesen also jetzt dass hier das vierte große teil was auf ein pferderücken passen würde sozusagen und jetzt kommt noch ein gabelbock dazu ein drei sterne gabelbock feiner kopfschuss glaube ich war das und jetzt ist für große teile das ding voll ich habe dann noch einen zweiten gabelbock besorgt und der zweite gabelbock ging dann nicht mehr drauf das könnt ihr jetzt sehen das ist nämlich jetzt unten rechts über jagdwagen das ist ausgegraut also der passt nicht mehr drauf deswegen wird ihnen jetzt das feld abgezogen das feld ging dann noch drauf ich weiß aber noch nicht habe es noch nicht ausgetestet wie viele fälle garantiert was dass jemand von euch bitte schreibt in die kommentare ich habe es noch nicht ausgetestet denke mal vielleicht fünf sechs sieben acht und zehn fälle vielleicht weiß ich kann es nicht sagen aber mich wird es jetzt interessieren bei fischen habe ich es auch schon ausprobiert es werden es gehen fünf große fische hinten drauf und dann wollte ich noch einen hund drauf tun und das hundienst nicht mehr mit drauf also es sind irgendwelche kapazitäten zu beachten natürlich und leider lag keine gebrauchsanweisung beim wagen dabei deswegen muss man das natürlich alles austesten und wenn ihr das schon wisst könnt ihr es bitte in die kommentare reinschreiben schnellreise geht im allgemeinen mit den fischen hat es nicht funktioniert von lagras nach zum lager hatte heute nicht funktioniert und wenn ihr dann mit dem wagen eigentlich angekommen seid im lager dann müsst ihr euch nicht wundern dass die fälle verschwunden sind also der wagen ist jetzt erstmal nicht da nicht sichtbar und auch die fälle sind nicht sichtbar das ist nämlich das problem nachdem nach der schnellreise seid ihr wieder im pferde modus da ist dann das pferd wieder da und so müsst ihr das pferd weg schicken und wieder den wagen über lager also im quatsch über stall fahrzeuge im besitz und jagdwagen und jagdwagen rufen und da steht es wieder dein fahrzeug wird gerade gerufen wurde es wieder ein funktaxi da ruft man an und dann kommt das und dann ist der jagdwagen auch natürlich auch der nächsten straße und beim lager ist es heute ganz blöd lager kann manchmal ganz schön weit in der prärie sein oder im wald draußen und sie hat damit hier ein stück zu rennen meine weibliche spielfigur ich muss sagen ihr müsst jetzt den wagen nicht direkt ins lager rein fahren es reicht wenn ihr den wagen neben dem lager stehen lassen das geht durchaus ist kein thema und rückwärts fahren geht bei der xbox mit der rb taste und bei der playstation 4 mit der r1 taste das wollte ich auch noch erwähnen und man kann auch schön rückwärts lenken und so das geht alles wunderbar und beim schlachter in st dennis muss man ein bisschen auch rückwärts zum schlachter rein fahren und ich sag jetzt mal ciao